Enid hat sich ein neues Auto gekauft. Es sieht toll aus. Und hier ist Wednesday in ihrem neuen Auto. Hey, sie hat das gleiche Auto wie ich. Nein, du hast das gleiche Auto wie meins gekauft. Mädels, lass uns nicht streiten. Eure Autos sehen toll aus. Wir müssen nicht raten, wer zuerst das gekauft hat. Oh, ich glaube, eine Challenge fängt an. La la la, mein Regenbogenpaket ist da. Was hat sie vor? Ist es Autoschmuck? Das ist genau richtig. Ich werde ein Regenbogen-Einhor-Auto haben. Ich soll dafür nur einen weichen Regenbogenteppich aufhängen. Es ist wichtig, das ganze Auto mit Teppich auszulegen. So wird mein Auto besser als Wednesdays aussehen. Auf den Rennen Regenbogen und hier ein Horn. Wow, Enid, dein Auto sieht fantastisch aus. Wednesday, was sagst du dazu? Ich? Ich werde diesen Regenbogen-Wahnsinn nicht einmal kommentieren. Aber ich habe auch eine Idee. Ich werde mein Auto in meinem eigenen Stil lykouren. Ich muss nur noch das Nötigste bestellen, dann bin ich fertig. Koya ist schon da so schnell. Geht ihm doch sicher gut? Er sieht ein bisschen blass aus. Ja, das ist Quentin, er arbeitet bei Kraft Dracula. Vielen Dank. Also, was habe ich denn da? Eine schwarze Farbe, eine gute Möglichkeit, das Auto schnell und sauber in meiner Lieblingsfarbe schwarz zu lackieren. Das weiß da fulgbar aus. Erledigt? Ich will natürlich Accessoires. Das wird ein Vampir-Auto. Quentin hat mich inspiriert. Und ich soll das Wichtigste nicht vergessen. Zähne und Reißzähne. Mein Auto sieht so furchterregend aus. Oh, was ist das für eine Düsternis? Ist das neue Auto von Wednesday? Wednesday, Enid, eure Autos sehen wunderschön aus. Kein Grund zum Streiten. Enid, hast du wieder etwas für das Auto bestellt? Das sind nur Kleinigkeiten. Ein paar Spielsachen für das Inneren des Autos, sonst ist es langweilig. Ich werde einfach ein paar Regenbogenteppiche auf die Sitze legen. Sie sind so weich und bunt. Ich soll nicht die Hintersitzen vergessen, denn ich habe viele Freunde, die normalerweise hintersitzen. Noch die Ländradbezug. Er ist weich, genau wie mein ganzes Auto. Man kann nie zu viele Regenbogenteppiche haben. Mein Lieblingsspielzeug, Hagiwagi. Keine Fahrt vergeht. Ohne ihn. Regenbogen, Einhorn und Kuscheltier. Nur noch ein bisschen und mein Auto ist komplett fertig. Wow, Enid, der Innenraum deines Autos sieht fantastisch aus. Ich lasse es so nicht. Ich dekore ja auch den Innenraum. Ich habe gerade ein paar schwarze Teppiche für meine Sitze gefunden. Das sieht aber cool. Noch mehr schwarze Kissen für meinen Lieblings-Hagiwagi. Nicht zu vergessen die Ländradbezug. Oh ja, ich stelle mir schon vor, wie ich durch die Straßen fahre. Ein paar Fledermäuse und Spinnweben draufkleben. Ich hänge hier meinen Freund hin. Übrigens heißt er Jack. Jack ist sehr lustig. Ich hänge noch Geschenke von meinen Eltern auf. Fertig. Was könnte noch besser sein? Bei dieser coolen Einrichtung bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist noch ein Freund von dir? Ja, das ist Bob. Er hat ein bisschen abgenommen. Hey, wir haben heute Halloween, oder? Willst du einen meiner Freunde kennenlernen? Wie schrecklich? Ich muss mich schnell verstecken. Wensi, reparierst du etwas? Eiskaltes Händchen. Gib mir den Schraubenschlüssel. Komm schon. Beeil dich. Danke. Also, Wensi, was machst du da? Wir sind doch gespannt. Oh, Enid. Hi, wie geht es dir? Siehst du, Wensi baut etwas, aber wir wissen noch nicht was. Ja, ich erzähle euch alles gleich. Eiskaltes Händchen, Schraubenschlüssel. Hey, wo ist es? Ich finde dich, Faulpelz. Du willst gar nicht arbeiten. Ich habe dich einmal gebeten, mir zu helfen, und du bist weggelaufen. Wo bist du? Ich werde nicht schimpfen, ich verspreche. Ich bin nur ein bisschen sauer. Komm raus. Ist es in die Höhle gefahren? Es ist nirgends zu finden. Ich finde dich und schicke dich zu den Eltern zu erzählen. Hey, was ist das für eine Schlange mitten auf der Straße? Hm, seltsam. Wozu stehen sie da? Enid, was ist hier los? Hallöchen, Wensi. Ich und eiskaltes Händchen haben einen Schönheitssalon im Kofferraum eröffnet. Gefällt es dir? Was habt ihr getan? Händchen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe meine Buchrosen im Kofferraum also schon lange nicht gestützt. Ich denke, jetzt kann ich es tun, solange ich noch etwas Zeit habe. Meine Rosen duften so schön. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es Zeit, mein Lieblingskaninchen zu streicheln. Oh, du hast mich erschrocken. Schau mal, wie süß es ist. Ja, sehr süß. Und zu weiß. Komm mal, gucken, was ich im Kofferraum habe. Sehr gerne. Hurra, eine Party bei Wednesday. Und was hast du da? Halt, du sollst die Augen schließen. Kein Problem. Ich habe genau den richtigen Regenbogenschall für solchen Fall. Ich mag Überraschungen. Oh, Enid. Diese Überraschung wird dir nicht gefallen. Es sieht alles sehr gruselig und schrecklich aus. Oh, aber es ist Wednesdays Kofferraum, also könnte man es erwarten. Enid, halte durch. Es wird sehr gruselig. Hoffentlich, wenn nicht schlangen, dann Raten werden dir bestimmt gefallen. Wow, was ist denn da? Etwas Weiches. Wie interessant. Wednesday, ich mag Überraschungen sehr, sehr gerne. Also sag mir nichts. Ich hätte gedacht, dass es eine Schlange ist. Aber woher soll sie denn hier kommen? Hey, Wednesday. Oh nein, sind das echte Schlangen? Und noch Raten. Wednesday, wie konntest du nur das machen? Wednesday, das war zu viel. Hurra, Wednesday wird gleich sein Cello spielen. Das wollte ich schon lange mal hören. Was ist das für ein Hoar, der ich jetzt hören muss? Schaltet es aus. Nur Enid kann sich diese Foltermusik anhören. Das würde ich nicht mal meinen ersten Feindern machen. Gut, dass ich neue Lautsprecher für meinen Kofferraum gekauft habe. Bob, jetzt zeigen wir ihr mal, was richtige Musik ist. Wow, wir haben ein Musikbattle. Womit antwortet denn Enid? Was? Katzengeheul? Ah, das ist Wednesday und ihr Cello. Wednesday, du verscheust meine Freunde. Was ist denn das? Händchen, machst du diese Musik? Ich habe dir eine leisere, klassischere Symphonie beigebracht. Hört sich richtig gut an. Da bekommt man sogar gleich Lust zu tanzen. Komm schon, Wednesday. Okay, ich gebe zu, die Melodie ist schon ein bisschen cool. Ich würde gerne tanzen. Mädels, das ist so schön. Die Musik hat alle zusammengebracht. Eiskaltes Händchen, du bist ein genialer DJ. Ich frage mich, was sie in der Kiste da hat. Was ist da drin? Was? Das ist sogar besser, als ich gedacht habe. Ist das Autodeko? Man, sieht ja gut aus. Und dieses Stück kommt hier hin. Richtig schön schick. Wunderbar. Mein gesamtes Auto wird rosa sein. Schaut doch nur, was ich für eine Schleife habe. War nur ein Scherz. Es kommt natürlich auf meine kleine Prinzessin. Und jede Prinzessin braucht natürlich wunderschöne Wimpern und hübsche Lippen. Sieht doch toll aus. Oh, die nimmt mich doch auf den Arm. Mein Auto sollte genauso gut sein. Oh, genau. Ich werde mir alles online bestellen. Oh, danke. Ich habe mich erschrocken. Na, mal sehen. Was ist denn da drin? Wir fangen mit dem Farbroller und schwarzer Farbe an. Ich tauche das Ding in die Farbe und los geht's. Das ganze Auto wird schwarz sein. Totenkopfwegel. Yeah. Und ein paar Piratenflaggen. So ist gut. Und ein paar Totenköpfe auf die Motorhaube. Und natürlich eine Augenklappe. Ein echtes Piratenauto. Ah, diese Farbe steht mir wunderbar. Was? Was hast du denn mit deinem Auto gemacht? Du hast mir nachgemacht. Äh, gar nicht. Das ist mein Originaldesign. So also. Na, ich werde es dir zeigen. Hier, das sind meine neue Fußmatten. Die sind so weich. Zeit, dass ich mein Auto auch von innen dekoriere. Oh, wie schön. Und diese Hasenohren. Die werde ich aufs Lenkrad stecken. Und das Armaturbrett muss auch schön weich sein. Und die Handbremse. Und das Schaltgetriebe. Ein paar Spangen. Und rosa Würfel. Einfach perfekt. Gefällt dir das, Herr Einhorn? Du wirst hier sitzen. Und meinen Gürtel habe ich auch schön dekoriert. Jetzt ist mein Auto ein echtes Meisterwerk. Oh, wow. Was hat die denn gemacht mit ihrem Innenraum? Na, bist du neidisch? Etch, betch. Och, Menno. Moment mal. Ich habe doch noch was im Rucksack. Die Ratenflagge. Für die Rücksitze und für die Vordersitze auch. Und anstelle eines Lenkrads werde ich ein echtes Schifflenkrad haben. Ein kleines Piratenschiff für das Armaturenbrett. Und noch mehr Totenköpfe. Auch auf den Spiegel. Und das ist mein Beifahrer. Wie geht's dir, Skelett? Ja, und dann habe ich ihm gesagt, warte mal. Ich rufe dich zurück. Hey, Mike. Wen hast du denn da im Auto? Ah, ein Skelett. Hilfe. Oh, Mann. Die ist voll drauf reingefallen. High Five. Ist ja voll gruselig. Mann, was für ein lustiges Video. Er hat sie mit Nutella übergossen. Unglaublich. Was? Der Akku ist alle? Mist. Ich habe noch nicht immer das Video geschaut. Moment mal, ich habe eine Idee. Hier kommt das Seil hin. Und daran befestige ich das Tablet. Oh yeah, jetzt ist das ein richtiges Kino. Willst du Chips? Ja, du isst die nicht. Mann, ist das lustig. Und noch ein Selfie. Und von dieser Seite. Einfach nur perfekt. Mein Auto sieht super aus. Was macht Mike denn da? Guckt er etwas Skelett-Videos? Moment. Ich habe eine Idee. Das wird noch viel cooler. Ich gehe noch schnell in den Laden. Das ist mein neuer Fernseher. Ich stelle ihn in meinen wunderschönen rosa Kofferraum. Komm her, du Hübscher. Ich habe einen Platz für dich gefunden. Perfekt. Ah ja, ich brauche hier noch Plätze. Diese Hocker sind perfekt. Richtig praktisch. Ich muss nur noch meine Freunde holen. Hey Mädels. Schnappt euch Popcorn. Schaut auch nur, wie cool. Tatsächlich. Was ist denn da los? Was? Was machen die da? Schauen die sich etwa einen Film an? Was soll das denn? Moment. Es wird Zeit für ein Training. Ich muss meinen Trainer einschalten. Und jetzt meine Yogamatte ausbreiten. Und es kann losgehen. Und eins und zwei. Und eins und zwei. Hey Mädels. Lasst uns gemeinsam trainieren. Und eins und zwei. Und eins und zwei. So ist gut. Mach das dem Trainer nach. Was ist da drüben los? Hä? Trainieren die etwa? Ich muss mit den Baggern aufhören. Boah, was für eine schwere Kiste. Da sind schließlich meine Sportgeräte drin. Ich lege die Hanteln in den Kofferraum. Und die Gewichte da rein. Na also. Habe ich es doch gesagt. Hey Leute. Wie geht es euch? Na, seid ihr bereit zum Trainieren? Yeah. So geht das. Richtig gut. Macht schön weiter. Hey. Irgendwie bin ich müde. Hey, entspann dich nicht. Wo guckst du denn hin? Noch einmal. Hallo. Ich glaube, er hat mir zugezwinkert. Hallöchen. Hey Kate. Was gibt's? Oh, was für Typen. Was für Muskeln. Wollen wir rübergehen? Natürlich. Na Mädels. Was sagt ihr? Hey Mädels. Seid ihr etwa weg? Jetzt bin ich ganz alleine. Oh, wow. So schwer. Ich glaube, die Mädels haben Mia verlassen. Das ist nicht gut. Jetzt bin ich ganz alleine. Hey Mia. Was meinst du? Komm, lass uns gemeinsam trainieren. Na komm. Okay. Hey, das machst du ja richtig gut. Was ist das? Was hat wieder vor? Wird sie ihr Auto dekorieren? Ich werde das flauschigste und rösigste Auto der Welt machen. Alles rosa? Sogar die Züren. Ich werde jede Ecke kleben. Wunderschön. Ich habe das perfekte Auto. Das hat sonst niemand. Ist das nicht wunderschön? Das ist ja gar nichts. Ich werde dir zeigen. Ja, ich habe eine Idee. Ich werde auf jeden Fall Zacken brauchen. Nichts Süßes. Hallo. Das ist ihr Auftrag. Das war schnell, danke. Was für eine große Kiste. Eine Dose mit schwarzer Farbe. Genau das, was ich brauche. Jetzt werde ich diesem Mädchen zeigen, was ein cooles Auto bedeutet. Drei, zwei, eins. Geschafft. Der letzte Schliff und das ist das beste Auto meines Lebens. Was haben wir als nächstes? Ich muss die Zacken anbringen. Geben wir Klebstoff dazu. Und jetzt sieht es einschüttend aus. Und auf die Räder muss ich auch kleben. Perfekt. Was ist das? Das glaube ich nicht, oder? Was für eine Neuigkeit. Okay. So einfach gebe ich nicht auf. Ich habe das Äußere dekoriert. Jetzt muss ich das Innere des Autos verschönern. Weiche Sitze sind meine Liebe. Nun noch ein paar Details. So. Die rosa Lenkradabdeckung ist perfekt. Wie flauschig es ist. Fertig. Ja, ich habe das schönste Auto der Welt. Und wie wird es ohne Sie sein, Schatz? Charme. Mache ich etwas Licht. Ich werde hier einen LED-Streifen anbringen. Es wird so schön leuchten. Großartig. Ich habe es sehr gut gemacht. Alex kann mich nicht besiegen. Was? Hat sie auch alles innen rosa gefärbt? Was soll es sein? Ich habe eine Kette. Wow. Mein Lenkrad wird mal cooler. Weil es Eisen sein wird, nicht flauschig. Man muss nur warten, bis der Kleber getrocknet ist. Perfekt. Ich habe noch etwas Klebstoff übrig. Also werden wir noch etwas mehr hinzufügen. Der Schädel wird cool und gefährlich aussehen. Ich habe es euch gesagt. Und der größere Schädel ist hier drüben. Was habe ich noch da? Oh, Schlüsselanhänger. Gut gemacht. Und noch ein weiteres Detail. Jetzt sieht mein Lenkrad furchtentflößend aus. Mein Auto ist das Beste. Ich brauchte es nicht einmal zu versuchen. Mal sehen, was Wieter zu bieten hat. Wie toll ist das denn? Was ist das? Alex kopiert wieder meine Ideen. Hat er das Auto mit Totenköpfen geschmuckt? Eifersüchtig? Es gibt nichts. In meinem Auto ist genug Platz für alle. Sogar für meinen geliebten Hund. Bravo, Junge. Benehme dich. Sieh dir mein Auto an. Und genau hier wirst du schlafen. Was für ein Albtraum. Mein Baby wird auf dem Festen nicht schlafen können. Ich werde ihr ein weiches Bettchen besorgen. Oh, so schnell. Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde jetzt alles tun. Dein Bett wird das bequemste sein. Also, sieh nur, wie niedlich es ist. Perfekt. Wie gefällt es dir? Ich sehe, dass es gefällt. Ruhe hier aus. Was für ein tolles Auto ich doch habe. Zeit für ein paar coole Selfies im coole Auto. Ja, was für ein gut aussehender Mann. Sie werden wissen, wie man seine Kofferräume unbeaufsichtig lässt. Was haben wir da? Das nenne ich Sicherheit. Darf ich bitte? Komm, schneller. Okay. Ich frage mich, was da drin ist. Geld? Oh nein! Es ist ein Hund! Ein riesiger, furchterregender Hund! Was für ein Albtraum! Laufen wir! Was ist das für ein Geräusch? Was ist los? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Oh nein! Meine Tasche! Du bist ein guter Wachmann. Tasche? Bravo, Junge! Peter, das scheint deins zu sein. Oh, meine Tasche! Vielen Dank! Gern geschehen! Ach du! Bewache meine Sachen beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Diebe kommen nicht mehr. Was für ein cooles Spiel! Es ist unmöglich, sie davon loszureißen. Oh nein! Die Batterie ist leer! Was soll ich jetzt tun? Eine Idee! Das Einzige, was besser als ein Spiel auf meinem Handy ist, ist ein Spiel auf einer Konsole. Und ich habe den richtigen Platz dafür. Ich muss nur noch einen Fernseher hinzufügen. Ja, er passt perfekt. Und eine Konsole. Und noch ein paar Kissen, um es noch bemühtlicher zu werden. Und dann kann ich schon spielen. Los geht's! Wow, was ist das? Hallo, Bruder! Hallo zusammen! Macht mit! Wow, das macht so viel Spaß! Ich mag es! Och, wie schön ich doch bin! Was ist da passiert? Spielen sie eine Konsole? Sie amüsieren sich ohne mich? Also gut, ich zeige euch, wie man Spaß haben kann. Ich stelle die Box hier hin. Ich werde den Kofferraum öffnen. Partykram? Perfekt! Lautsprecher? Und noch einen daneben. Super! Und das Wichtigste? Disco-Kugel! Je mehr lichter, desto besser. Also werde ich überall Girlanden aufhängen. Noch ein bisschen und meine Party ist fertig. Perfekt! Und jetzt Musik! Schaut, wie viel Spaß ich habe! Schneller, macht mit! Was ist das? Sollen wir dorthin gehen? Wir gehen mit! Und was ist mit mir? Meine Freunde sind da! Lasst uns alle zusammen Spaß haben! Aber warum hat Alex keinen Spaß mit uns? Er spinnt ganz allein. Das ist meine Schuld. Ich soll was machen. Alex, lass uns gemeinsam Spaß haben! Wie schön, aber ich habe einen anderen Vorschlag. Willst du mit mir spielen? Ja, natürlich! Pass auf, ich verliere nie! Ich zeige dir, wie man spielen kann. Oho, das macht Spaß! Vielen Dank für die Einladung! Gern geschehen! Hier kommt die geliebte Schule. Na, endlich sind wir umgezogen. Aber was ist das denn für ein Albtraum? Ah, das sind ja eklige Kakerlaken! Und alles ist kaputt! Ich will hier nicht wohnen! Ah! Schau dir diese riesigen Kakerlaken an, die auf meinem Bett herumkrabbeln! Ich glaube, ich weiß, was ich tun kann! Ich werde mir einfach neue Möbel bestellen! Ich werde mir so ein Zimmer machen! Schau dir das an, Wednesday! Gefällt's dir? Oh, ist das grell! Ich werde doch blind! Nimm das bloß weg! Mein Zimmer wird so aussehen! Das ist doch voll langweilig und düster! Nein, das ist stilvoll! Ich werde mir eine Menge cooler Sachen kaufen! Oh, da klingelt jemand an der Tür! Ich gehe ran! Ich wette, das ist meine Bestellung! Bitte komm rein! Oh, meine Regale! Guten Tag! Kommen Sie hier entlang? Oh, ich bin so glücklich! Was für ein wunderschönes weißes Regal! Ich kann hier so viel Zeug reinstecken! Das Bett für Mademoiselle ist fertig! Die Spielsachen sind auch aufgeräumt! Der letzte Schliff! Und hier noch die Fische! Und dieses Bild aufhängen! Die Kissen! Fertig! Super, Dankeschön! Tschüss! Ihr seid großartige Meister! Jetzt ist das ein wunderschönes Zimmer! Ich bin so glücklich! Hör endlich auf damit! Ich bin unterwegs in die Welt von Farben und Schönheit! Ich werde alles selber machen! Was für ein schönes Kissen! Was macht sie denn da? Ich muss das Gebiet abstecken! Erledigt! Was ist das? Mein Gebiet? Nicht betreten! Eiskaltes Händchen? Bring mir die Kiste! Beeil dich! Ich habe eine Menge Arbeit vor mir! Na endlich! Der Deckel kommt weg! Was haben wir hier? Hm, schwarze Bretter! Was wir brauchen! Wo kommt dieser Lärm her? Das werfe ich erstmal hier hin! Ich brauche das hier! Händchen, steig in die Kiste und hol den Bohrer! Na komm schon! Ich werde hier alles bohren! Aha, und nochmal! Na also! Ich bin ein echter Handwerker! Hey, gib mir bitte den Hefter! Dankeschön! Ich mache mir einen Baldachin über dem Bett! Das dauert nur ein paar Minuten! Genial! Und jetzt Dekoration! Ich nehme mir etwas Pappe und klebe sie an die Wand! Außerdem nehme ich mir eine Lampe! Die klebe ich auch an die Wand! Händchen! Na komm schon! Na was machst du denn da? Steckst du etwa fest? Händchen! Stimmt alles? Okay, ich schaff das selber! Hier, geh mal spazieren! Ich hole mir etwas Kunststoff! Und klebe ihn hier hin! Genauso wollte ich es! Wunderschön! Weiche Wand! Jetzt nur noch das letzte Stück! Irgendetwas fehlt hier! Hey, Händchen! Ah, das hast du dir gut überlegt! Ich brauche diese Farbdose! Oh ja, jetzt sieht das wunderschön aus! Hilf mir bitte, die Wand zu streichen! Ich muss nur noch die Vorhänge aufhängen! Und mein wunderschönes, düsteres, leuchtendes Zimmer ist fertig! Oh, das sieht ja richtig gruselig aus! Noch ein bisschen Dekoration! Schöne schwarze Sachen! Und ein Globus! Und hier kommt meine düstere Schaukel drauf! Einfach nur genial! Gefällt mir! Was sind das denn für schreckliche Geräusche? Oh, Wednesday spielt schon wieder! Na gut, dann hole ich mir eben mein Mikrofon und meinen Lautsprecher! Ah, mein wunderschönes rosa Mikrofon! Jetzt werde ich mein Lieblingslied singen! Es funktioniert! Was macht die denn da? Ich weiß, wie ich das beseitigen kann! Ich liebe die Musik! Wieso ist das Licht ausgegangen? Was ist passiert? Ich tanze meinen Lieblingstanz, meinen düster Tanz! Ah, das ist der Grund! Na gut, warte mal einen Moment! Hä? Schon wieder ist das Licht an? Ja, so gefällt's mir! Hey, eiskaltes Händchen, komm mal her! Wir müssen was dagegen tun! Was? Hey, nein! Fass den Hebel nicht an! Ich lass das nicht zu! Lass los, Händchen! Lass ihn in Ruhe, bitte! Nein! Oh, nein! Er wird doch gleich ertrinken! Ich bitte dich, bloß nicht schreien! Wir müssen ihn retten! Er ist ertrunken! Jetzt keine Panik! Es geht ihm gut! Siehst du? Es freut mich so sehr, dass es ihm gut geht! Jetzt sind meine Hände nass! Oh, was für ein toller Zauberwürfel! Und ich hab es geschafft, ihn zusammenzusetzen! Aber jetzt hab ich Hunger! Ich glaube, ich bestell mir was Leckeres! Super! Es wird bald hier sein! Oh, da sind die ja schon! Ja, ja, ja! Hier ist meine Bestellung! Hallo, kommen Sie rein? Bitte stellen Sie meinen! Kühlschrank? Hier hin! Auf Wiedersehen! Oh, du bist ja süß! Mal sehen, was da drin ist! Oh ja, alles, was ich bestellt habe! Das sind meine Lieblingsgummibärchen! Die schmecken ja gut! Mega lecker! Ich liebe es! Ich bin auch hungrig! Händchen! Ich will was essen! Bring mir was! Was schläppst du denn da? Was ist das denn? Ich hoffe, das ist Tomatensaft! Nicht schlecht, nicht schlecht! Und was ist das? Oh ja, genau das Richtige! Lecker schmecker Glotzer! Ich liebe die Dinger! Ich hab mir was überlegt! Ich werd Annett einen Streich spielen! Hey, Annett! Oh, voll lecker! Was ist denn? Ach, du meine Güte! Schau mal, ich ess meine Augen! Ah, Winston, was ist mit dir los? Gleich werd ich deine Augen essen! Du machst mir doch Angst! Ja, ich hab dir nur einen Scherz gespielt! Wie auch immer, das war nicht lustig! Ich werd meine Gummibärchen aufessen! Yeah, hier hab ich alles für ne Disco! Die Disco-Kugel ist so cool! Ich werd bis zum Morgen tanzen! Boah, so viel Licht! Ich werd ich hier aufhängen! Einfach nur toll! Und das ist meine wunderschöne Lampe! Hier häng ich noch ein paar Lampen auf! Und jetzt kann ich das alles einschalten! Yeah, ich mach ne super Disco! Jetzt muss ich meine Freunde anrufen! Hallo, Leute! Schaut mal! Ich schmeiß hier ne Party! Ihr müsst unbedingt vorbeikommen! Ah, da sind die ja schon! Ich mach die Tür auf! Schaut doch nur, wie schön es hier aussieht! Gefällt's euch? Hier hab ich ne Disco-Kugel! Oh, super! Wir müssen ein Foto machen! Und noch ein Selfie! Yeah, das macht voll viel Spaß! Wir tanzen bis zum Umfallen! Was ist denn da draußen los? Das ist voll beängstigend! Aber lass uns einen Blick drauf werfen! Was wartet denn da auf uns? Was wollt ihr denn? Ah, das ist ein Geist! Nichts wie weg hier! Ich bleib lieber hier! Ich hätte mir das nicht ansehen sollen!